Und da sind wir wieder. Wir spielen direkt weiter. Da habe ich jetzt auch nur einen Ladebildschirm. Habe ich auch nicht so viel mit dem Schneiden zu tun. Ist also für beide Seiten ganz gut. Das allerdings nicht. Okay, wir sind wieder in Ägypten. Wir spielen... Oh. Ey. Wow. Wieso habe ich versucht, den dreimal abzuschießen und es hat keinmal geklappt. Boah, ich nehme lieber. Mein Stellfeuer gewinnt. Oder haben die hier ein geliebtes Gewehr? 43. Nein, scheinbar... Ah. Wer schießt mich denn hier die ganze Zeit ab? Okay. Obwohl... Wenn ich das Ding nachlade... Das sieht irgendwie interessant aus. Ich versuch das Ding mal. Ja, es gefällt schon. Wir nicht. Unter. Lauf. Dann müssen wir. Okay. Laufen wir. Am Panzhändler. Und... Wir sollten nicht drunter laufen. Sonst sterben wir. Und das war's. Wieso? Ach so, das sind die Bomben, die neben mir einschlagen. Ja, okay. So langsam bekomme ich den Durchblick. Okay. Oh. Vielleicht auch nicht mehr. Das war keine... Das wäre eigentlich eine Galilie gewesen. Zu spät. Einmal den Bunker. Im Schnelldurchlauf. Clearen. Dann geht das schon. Oh. Und nachladen. Ha. Ja, okay. Hier ist das nicht so relevant. Denn die Waffe schießen langsamer. Aber trotzdem... Ey, da steht jemand. Wow. Ja, ne gute Idee. Eine Waffe. Kann ich jetzt benutzen. Äh... Nachladen. Befeucht eingehen. Und... Immer schön laufen. Schießen. Auf. Und erst zielen, wenn man die Leute getroffen hat. Dann... Ging das am meisten. Würde ich sagen. Waaah. Ach so, das sind unsere... Ups. Tut mir leid. Was soll ich machen? Geht doch. Ist hier sonst noch jemand? Nö. Okay. Das ging relativ einfach. Nur... Okay, ich hab noch immer viel Granaten. Wieso nimmt er seinen Helm runter? Ach so, damit man sieht, ob jemand draufschießt. Ja, das geht auch. Nachladen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, 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 ja. Ach, die fliegen nicht weg. Ja, warum... Warum sollten sie auch eigentlich... Ja, 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 ja. Also... Panzer-Tau... Abtau... Ich frag nicht, wann man so'n geilen Panzer mal fahren kann. Oh. Wo muss ich hin? Au. Ja, unterm Panzer fahren ist, wie immer, nicht gut. Ich bin hinter euch. Ich glaube schön hinter dem Panzer her, nicht vor dem Panzer. Super. Ah, jetzt kann ich mich hinter dem verstecken. Wenn ich dürfte. Da vorne ist unser Eingang. Okay, der sieht aus wie auf der Sie, die Zombies. Eindeutig. Eindeutig. Ey, ich denke, das ist weg. Oh. 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 Mir leid. Oh. 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 Ha. Wie schön es immer ist, diese MGs zu spielen. Oh. Ob ich mich am anders hin. Äh. Okay. Yeah. Immer erst zielen, wenn man den Gegner schon geschossen hat. Scheiße. Scheiße. Wieso lade ich jetzt erst nach? Da liegt noch jemand. Okay. Fehlt nur eine Flagge. Hey. Komm nicht dran. Okay. Also. Weiter laufen. Äh. Äh. Oh. Oh. Naja. Was hab ich... ...noch... ...an... ...sehen. Oh. Wart mal. Ist das was für meine Sniper? Nein. Ha. Ja. Ja. Ich würde sagen. Wir müssen jetzt nur wieder zum Pool zurück, wo wir herkamen. Und vorher noch in der Nase pullen. Wie immer. Wieso läuft er zurück? Wenn wir da hin... Oh. Ich weiß es. Ja. 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 ich driede, mach schnell. IchESter- Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, jetzt habe ich keinen Radhafen mehr, aber egal Boah Wie lag da, ich wäre draufgegangen, hätte ich das nicht gesehen Oh Du hast hier nichts zu suchen Und Ich glaube Mehr ist hier nicht mehr, oder? Ja, hier können wir durch Schön geduckt Von Deckung Zu Deckung Mit Druckplan Zu Deckung Oh yeah Tschüss Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich noch den Punkt hier einbinden Cool, dass die alle, alle verschiedenen Panzer verschiedene Namen haben Ich würde nicht sagen Das ist schon geil gemacht Das halte ich davon Hey Hey Hey, meine Waffe ist weg, das ist doch geil Okay, das ist ja noch falsch Ah Was ist das mit Sniper? Ja Sniper Nützt gerade Unglaublich Oh, die nützt wirklich was Wenn Mich nicht einer von hinten irgendwie abschießt Aber lieber Sturmgewehr Hier Oh Scheiße Das war einer von uns Gibt es doch Nicht Sniper Ja 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 Du hast nur Rommel eine Lehre gelernt!